Okay, das war's. Deiner läuft mit alter Software. Ich aktualisiere sie mal. So, jetzt läuft's. Und als Bonus gab's noch ein paar neue Klingeltöne. Siehst du? Danke. Ich brauche Beweise gegen die wichtigsten Leute aus Chums Gang. Ganz einfach. Such dir eine gute Stelle zum Beobachten und folge dann den Anweisungen auf der Kamera. Idiotensicher. Na, ich weiß ja nicht. Ich hatte am Ende nur Fotos von meinem Gesicht. Aber nicht Frank sicher.